Erregendes Naturerlebnis. Der Kitzel einer nassen Hose. Was für ein stressiger Arbeitstag. Die junge Angestellte eines Callcenters wünscht sich nach Feierabend nur noch absolute Entspannung und Ruhe. Die Idee, aufs Land zu fahren, um auf dem Reiterhof ihrer Jugend so richtig abzuschalten, wird nur noch von der erregend feuchten Jeans getoppt, die für ein wohltuendes Fallenlassen sorgt. Diese und noch viele Lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de